So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's Bullboss aus dem Traden.de Forum und wir traden jetzt gemeinsam mit Bitcoin, Kryptowährungen. Kryptowährungen kann man auch sehr gut mit dem Bullport Template 2022 handeln. Wir haben das Bullport Template 2022 hier einmal im Trading View geöffnet und im Metatrader 5. Und dieses Template für Trading View wird auch bald veröffentlicht. Auf traden.de kannst du hier schon mal deinen Platz sichern für das Template. Wenn du das Template noch nicht besitzt, dann geh auf traden.de-v5 und hier über eine Brokeranmeldung bei Pepperstone, da wo ich hier auch handel, bekommst du das Template kostenfrei gratis für ein Jahr. Hier ist alles erklärt, was zu tun ist. Geh auf traden.de-v5 Wenn du dich bei Pepperstone über unseren Link anmeldest und 5 Echtgeldtrades tätigst, beziehungsweise wenn eine Mindesteinzahlung von 250 Euro tätigst, dann kriegst du automatisiert das Template zugeschickt. So, jetzt wollen wir aber auch loslegen, ein bisschen Bitcoin handeln. Hier, wir haben es Sonntag, Nasdaq, Börse hat zu, deswegen bewegt sich hier nichts. Aber hier Bitcoin, können wir handeln. So, also im Bitcoin ist das hier widersprüchlich. Trend nach unten, Moving Average zeigt runter und so weiter. Wir sind aber hier unterkauft. So, aber viel besser zu handeln, finde ich Ethereum USD. Hier wollen wir jetzt einen Long Trade platzieren. Wir haben ein Long Signal, zudem Moving Average im grünen Bereich, sind unterkauft. Hier haben wir viel bessere Voraussetzungen. Hier haben wir auch ein Buy Signal, bei Trading View, Moving Average ist im grünen Bereich gewechselt. Wir sind hier auf dem Weg nach oben, im Kraftindikator. So, gut, das machen wir so. Wir kaufen zum Marktpreis, Kauf. So, jetzt sind wir hier 10 Lots eingestiegen, Order platziert und wurde auch ausgeführt. Und da geht es auch gleich schon hoch. Das ist jetzt keine riesige Position, aber ein paar hundert Euro wollen wir hier mit dem Signal mitnehmen. Gut, ich lehne mich jetzt zurück, werde das Ganze hier beobachten. Metatrader, sieht alles sehr gut aus soweit und melde mich dann später. So, Freunde, Ethereum ist die ganze Zeit gestiegen und mittlerweile haben wir ein Short Signal, deswegen möchte ich jetzt verkaufen. So sieht das hier im Pepperstone Konto aus, bei Trading View. So, Trades wurden geschlossen, hier sind wir eingestiegen, Long haben wir jetzt hier oben verkauft und konnten in einer Stunde knapp über 200 Euro mitnehmen, Gewinn erzielen mit einem ganz einfachen Signal. So, ich bin jetzt hier bei Paint und ich möchte dir noch kurz zeigen, wie die Indikatoren stehen sollten, zu welchem Spot oder zu welchem Szenario wir die beste Gelegenheit haben, um in den Trade einzusteigen. Und zwar sollten alle Indikatoren einheitlich in eine Richtung zeigen, dann haben wir den besten Moment. Zum einen hier im Hintergrund unser Trendkanal, also Trend is your friend, immer mit dem Trendhandel. Hier sind wir unten am Trendkanal angekommen und ja, der Trend hat nach oben gezeigt, war eine Position für Long. Zum anderen sollte hier irgendwo ein Powerkraftindikator, hier sollten wir bestenfalls im grünen Bereich sein für Long Trades. Also hier wäre ein schöner Spot gewesen, hier wäre ein schöner Spot gewesen. Wir sehen auch, wir hatten hier dann auch den Turnaround, hier genauso, ja, das wäre hier eine Short Position gewesen, äh, sorry, Long Position gewesen. Außerdem sollten wir bestenfalls die Bull Power Signals hier unten, Blue Power Signals hochzeigen und unser Bull Power Pfeil sollte auch in die Richtung, in die wir traden wollen, zeigen. Also Long nach oben in diesem Trading Szenario. So, somit hätten wir alle Voraussetzungen für ein Trade Long. Hier haben wir das auch nochmal zusammengefasst, Trade Long. Wir sind jetzt hier überkauft, Pfeil zeigt mittlerweile runter, deswegen haben wir den Trade auch geschlossen. mit dem Trading Szenario. Mitgeistungen, die ich